Jetzt wird's leicht funky, viel zu krank wie keine andere Person, bin ich hier schon am Pferd und von dem was der Zorn natürlich auch ganz gerne mal so ein Kram mir gelegt haben wollte und zerrein die Gebeine wahrscheinlich einfach nur so, weil ich meine natürlich auch schon wieder meine Reime hier eine Weile zu betreiben, bis ich dann natürlich auch wieder peile, dass ich hier nun einmal nichts anderes als Freestyles gebe. Okay, dann frage ich mich schon, wie was geht denn hier auf meinem Weg? Wahrscheinlich alles, was hier so an Scheiße schräg natürlich auch meistens steht und zwar nicht einmal auf irgendeinem Scheißblatt, sondern einfach nur so dorthin, wo ich meinen Style erweitere und zwar auf dem Blatt der Zeit gerade, während ich natürlich auch das Blatt der Zeit habe und zwar meistens dazu, weil ich ja gerade feit war, mäßig ist natürlich auch schon wieder hier jetzt gerade, bestätigt einfach nur schon, wie war alles morgen oder doch nur schon so verdorben wie nichts anderes, während ich mir dann natürlich auch die ganzen gelogenen Bitches im TV angesehen hätte und zwar gerne. Dachte ich mir schon lieber, bringe ich lieber wieder meine Raps drüber oder bleibe ich doch nur hinüber? Ach, wahrscheinlich ist der Sinn natürlich auch schon wieder, fühle mich jetzt gerade so kalkulmäßig drin, sodass ich hier bestimmt noch hinhöre, während ich schon wieder bestimmt zörne und zwar mich eher, während ich jetzt zörnterweise hier schon wieder garantiert nicht wieder gehörnteweise Worte finde, sondern einfach bloß schon wieder hier jetzt meistens Scheiße bringe, die ich natürlich auch schon wieder so irgendwie meistens finde und zwar war Genius Hardcore. Sagt dazu nun mal wieder, dass gerade mal eurer selbst habt ihr natürlich nie erzählt und so und wird das hier verwählt sein und zwar schon wieder in diesem Weltall? Nein, es ist natürlich bloß ein weiterer Reim, aber egal, weil ich hier jetzt gerade einfach nur den Überknall habe oder doch nur den Überfall wacke und so auf, egal wessen Arschloch das nicht haltbar sein kann, gerade weil ich hier natürlich auch Gestalt mal wieder annahm als Genius Hardcore, verdammt Mann. Oder doch nur als der Creator? Ach, wahrscheinlich bin ich unglaublich hier jetzt besser, als sonst irgendein Aggressor, während ich Tester und zwar diverse Mikrofone, ist das einfach bloß schon wieder so die Zone, die sich auf meinem Smartphone nun mal lohnte. Okay, dann ist das hier natürlich auch viel zu straight und nicht so gay, wie die meisten das erwartet hätten. Ich bin trotzdem noch am Splitten, selbst wenn ich gerade meine Spucke irgendwie lieber runterschluckt, aufgrund der Tatsache, dass ich hier nun einmal bin in einem Raum und keine Nutze, sondern einfach bloß mal wieder viel zu real, als dass ihr dieses Spiel noch irgendwie anders kapieren könntet, während ich schon wieder hier gerade mir erlaubt habe und zwar dieser Tage einfach bloß mal wieder eine freie Triffphase zu geben, wie zum Beispiel die des gesamten Wesens. Und jetzt wird es ein wenig Aspach-Urhalt sein oder doch schon wieder Aspach durchgeknallt, während ich hier durchgestalte, natürlich auch schon wieder durch Gewaltziege Rhymes, weil ich nun einmal hier bin und bleibe und natürlich meine Weile schon wieder in langen Eile. Allerdings denke ich mir natürlich auch, ich peile dabei die Reime und scheine dabei, natürlich auch schon wieder was zu sein hier. Ach ja, stimmt ja, der Typ mit dem Freibier. Okay, dann war das hier nur Freistil, während ich natürlich auch was dazu gebe, natürlich nur mein Freestyle hier. Okay, dann wird das hier meist mir natürlich schon wieder was sein, ihr seid es natürlich nicht gewesen, sodass ich hier jetzt Triple Timing mit am Start hatte, allerdings auch nur für einen gespaltenen Taktrein. Grad mal oder doch nur euer Grad mal schafft, kein Plan mehr, was ich hier gerade labere. Ist natürlich auch schon wieder irgendwas Wissenschaftliches über Lyrik, okay, dann ist das an und für sich nichts, sondern einfach bloß schon wieder so... Oh shit, genius, hart konnte ich spit den Kram direkt in eure zornigen Augen, oder bin ich und bleibe ich doch hier nur so weiterhin am Laufen, während ich was trinken will, denn ich habe leider nichts anderes mehr, außer meine Rhymes zu killen. Und deshalb muss ich hier jetzt leider was freuen und zwar in mein Glas rein, allerdings ist das nur irgend so ein scheiß ekliger Billigbooster oder was weiß ich für ein scheiß Booster meines Lebens. Ach, wahrscheinlich meinte ich Energydrink und kam nicht mehr klar auf das Wort, klar, mal wieder drin gewesen, allerdings auch nur in irgendeinem scheiß Supermarkt. Da, okay, dann kam ich hier jetzt super klar und frage mich natürlich auch schon wieder, was ich hier nun mal höre. Wahrscheinlich einfach bloß alles, was euch stört, okay, dann ist das hier nun einmal der Nerd, der hier dreifach drauf schwört, das dann natürlich auch mir meist da klar ist, und zwar in Sachen Drinks. Okay, dann bin und bleibe ich hier der Typ, der es bringt wie ein King, okay, dann kann das hier so gehen, allerdings nicht so extrem. Wie bei diesen ganzen Pastrasenphasenweise sind da natürlich auch schon wieder Sachen drin, die ich klar mal schmeiße, und zwar jetzt rein hier wie ein Rhyme-Robot. Allerdings bin und bleibe ich hier natürlich auch so on-spot wie nix anderes. Es ist nun mal Rap und nicht irgendein scheiß Gesang, habt ihr es jetzt kapiert, verdammt? Wenn nicht, dann werdet ihr vielleicht nochmal mit einem Skillflash geflashter sein, allerdings nicht wirklich geflashter als mein Gebein. Okay, dann war es das auch schon wieder, nicht mal zum Scheinen. Geniusart konnte ich es wirklich beim Freestyle. Bis zum nächsten Mal.